Mitten in der Natur und doch in direkter Nachbarschaft der Metropolen Köln und Bonn liegt Trostorf. Trostorf ist eine liebenswerte Stadt mit einem hohen Erholungs- und Freizeitwert, zwölf lebendigen Stadtteilen und einer attraktiven Innenstadt. Ich bin seit 2014 in der Stadt Trostorf tätig und erlebe die Stadt vielfältig mit einem reichhaltigen Angebot und das macht das Ganze sehr lebenswert hier. Die Menschen sind aufgeschlossen, typische Rheinländer, vor allen Dingen mit dem Herz am richtigen Fleck und deswegen passt die Kreisparkasse Köln zur Stadt Trostorf und ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Für mich war ganz klar, wenn ich die Gastronomie mache, die ich mir immer gewünscht habe, dann Trostorf. Burg Wissem, gegründet auf Mauern aus der Merowinger Zeit. Das Wahrzeichen von Trostorf. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen hier in diese wunderbare Burg hier, die ich mich verliebt habe. Was für ein schöner Ort, was für ein wunderbarer Ambiente. Entstanden ist daraus ein kulturelles Zentrum, das auch Europas einziges Bilderbuchmuseum beherbergt. Gleich hier beginnt die Warner Heide, 50 Quadratkilometer groß, ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Ich bin nach Trostorf gekommen als junger Mann und habe hier als positiv empfunden, die historischen Aspekte dieser Stadt. Und für meinen Beruf benötige ich Inspiration, die ich mir gerne über die sehr naheliegende Natur hole und das sehr schätze. Zwischen dieser Idylle und der großen, weiten Welt liegt nur ein kleiner Schritt. Millionen Fluggäste nutzen jedes Jahr den internationalen Flughafen Köln-Bonn direkt ums Eck, der sich zu großen Teilen auf Trostdorfer Stadtgebiet befindet. Trostdorf, eine Stadt im Umbruch. In Modernisierung und Erneuerung wurden in den letzten Jahren über 300 Millionen Euro investiert. Trostdorf vereint die Vorzüge des Ballungsraums Köln-Bonn mit den Qualitäten einer Mittelstadt. Verkehrsgünstige Lage, schneller und intensiver Kontakt zu entscheiden und gelebte Wirtschaftsfreundlichkeit zeichnen die Stadt aus. Argumente, die schon mehr als 6000 Unternehmen überzeugt haben. Trostdorf ist ein Wirtschaftsstandort mit Tradition. Man blickt auf mehr als 100 Jahre Industriegeschichte zurück. Hier entstehen zukunftssichere Arbeitsplätze. Wir sind vor 15 Jahren mit dem Betrieb nach Trostdorf gezogen und haben hier optimale Bedingungen, um unsere Kunden in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis zu beliefern. Trostdorfer Unternehmen sorgen mit ihren Innovationen für weltweite Aufmerksamkeit. Wir von Varian sind sehr stolz darauf, mit unseren Protonbeschleunigern weltweit zur Bekämpfung des Krebs beizutragen. Wir fertigen hier in Trostdorf drei Elemente des Endprodukts. Das Zyklotron, die Beamline und die Scanning-Nossel. Varian bietet hochinteressante Arbeitsplätze in den Bereichen Physik, Elektrotechnik und Maschinenbau. Seit über 50 Jahren existiert unser Unternehmen hier in Trostdorf. Für uns ein optimaler Standort, der besser nicht sein kann. Wir von Atomi sind seit drei Jahren in Trostdorf. Ausschlaggebend für den Umzug war damals die sehr gute Infrastruktur und der gute Kontakt zu den Verantwortlichen der Stadt. Beste Voraussetzungen also für die Produktion und den Vertrieb unserer Produkte. Auch auf internationaler Ebene macht Trostdorf sich einen guten Namen. Man pflegt Freundschaften und wirtschaftliche Beziehungen zu acht Partnerstädten weltweit. Trostdorf, der perfekte Einklang von Wirtschaft, Familie und Natur. Trostdorf, meine Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020